Das E-Bike hier direkt vom Rathausplatz entwendet und irgendwann nachts mit Gewalt das Schloss aufgebrochen. Biketracks hat schon den ein oder anderen Hit gelandet. Jede Woche erreichen uns hier bei PORUNITY neue Erfolgsstories, wie unsere Kunden ihre gestohlenen E-Bikes aufgrund unseres GPS-Trackers wiedergefunden haben. Höchste Zeit also, sich genau mit diesen Menschen zu treffen. Auf geht's! Also mein Name ist Wilfried Drettl, ich bin der Bürgermeister der Gemeinde Eppern. Und wir haben sich ungefähr vor zwei Monaten das E-Bike hier direkt vom Rathausplatz entwendet. Wann und wo wurde dein E-Bike gestohlen? Freitagnachmittag zwischen drei und sechs. Ich habe im Büro noch zwei Arbeiten gehabt und das war direkt unter dem Gemeindehaus. Um sechs war es nicht mehr da. Und dann hat mich im Moment gedeckt, bin ich überhaupt mit dem Fahrrad gekommen? Und dann habe ich gesehen, na, Sautanian, das war das Fahrrad. Und dann bin ich natürlich im Moment erschrocken, ja. Wie haben die Täter dein E-Bike entwendet? Die haben das Fahrrad weggetragen. Sie haben das Schloss nicht geknackt, weil man hat es ja wiedergefunden. Und da war das Schloss eben noch zu. Und eben war eigentlich ein bisschen ein Umständler für sie. Was hast du unternommen, als du den Diebstahl bemerkt hast? Ja, ich habe meinen Mitarbeiter, den Andreas, angerufen und dann gesagt, du, wir haben sich das Radl entwendet. Und dann haben wir gleich interveniert und dann haben wir gleich die PowerUnity angerufen und dann haben wir uns dort gleich schlau gemacht, damit man auskundschaftet, ob das möglich ist, dass man das wiederfindet. Und der Andreas hat sich gekümmert und kriegt dann ja einen Anruf vom Andreas und hat gesagt, dein Radl ist geordnet worden. Das ist in der Nähe vom Gemeindehaus und dort ist es irgendwo versteckt und der fährt gleich hin und schaut, ob es dort ist. Ich habe ja im Tag vorher, muss ich sagen, über das Biketrecks habe ich eben nachgeschaut, wo könnte das sein. Und ich bin aber dort hingegangen und schauen und wir sind das gefunden. Und der hat mich dann später wieder angerufen und hat gesagt, so, das Radl ist so, ich bringe es dir, das ist nur gesperrt, ich bringe es dir ins Parterre vom Rathaus. Was war das für ein Gefühl, als du das E-Bike so schnell wiederbekommen hast? Ja, wieder eine Bestätigung, dass es funktioniert durch den System, durch das Biketrecks. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich sehr erfreulich. Es war dann eine Fernsteuerung, wo sie am Lenkrad hängen gehabt haben, die waren immer dabei und auch die Tasche, wo sie am Hinterrad montiert war, die war auch weg. Warum habt ihr euch in der Gemeinde für den Einbau des Biketrecks-GPS-Trackers entschieden? Ja, eigentlich habe ich mich schon entschieden. Der Andreas hat sich nur dann das Zeug gelegt, das zu organisieren, weil ich gesagt habe, die Versicherung ist zu teuer. Also die Versicherung ist so hoch, dass es fast nicht interessant ist, versichern zu lassen und es ist zumindest eine Hilfe und ich hoffe, dass es funktioniert und man hat gesehen, es funktioniert. Was wäre passiert, wenn ihr keinen GPS-Tracker im E-Bike gehabt hättet? Ja, dann hätte ich es wahrscheinlich, haben sie es dort zwischengelagert und irgendwann nachts mit Gewalt das Schloss aufgebrochen und dann wäre das Rad weg gewesen. Würdest du den Biketrecks-GPS-Tracker weiter empfehlen? Ja, ich würde das immer weiter empfehlen. Also ich würde sagen, das ist wirklich zu 99 Prozent, kann man sagen, eine Sicherheit, dass das Rad wieder gefunden wird. Und die haben es auch, wo wir in unserer Gemeinde, wo wir 100 Fahrräder angekauft haben, wir haben sie da überall montieren lassen. Und da waren auch schon fünf Fälle, wo die Räder aufgefunden sind worden. Wie zufrieden seid ihr mit dem Biketrecks-GPS-Tracker? Ja, eben sehr zufrieden. Deswegen sage ich, ich kann es nur weiter empfehlen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und es ist unkompliziert zu montieren. Es kostet auch nicht viel. Es ist der Jahresbetrag, was man so zahlt. Aber es ist kein Geld für das, was man an Leistung kriegt.